Paris Jackson hat es geschafft. Die Tochter des verstorbenen King of Pop modelt bereits seit einiger Zeit. Doch jetzt folgt der absolute Ritterschlag. Die 19-Jährige ziert das Cover des australischen Vogue. Paris posiert auf dem Coverfoto strahlend schön in einem blauen Zweiteiler von Prada. Das Top ist im Stil eines Sport-BHs geschnitten. Im Brustbereich sind gelbe Blumen aufgestickt, wie auf dem offiziellen Instagram-Account des Magazins zu sehen ist. Das knappe Outfit legt zudem ein großes Tattoo auf Jacksons rechter Schulter frei. Vorbei die Zeiten, als Paris sich als Teenie versucht das Leben zu nehmen. Auch die Krebserkrankung ihrer Mutter Debbie Rowe hat Paris scheinbar stärker gemacht. Die Tochter von Michael Jackson hatte Leben im Griff und strahlt.